Willkommen bei Dile Covers. Wir haben zur Corona-Zeit angefangen, Musik aufzunehmen, jeder für sich getrennt und am Ende werden die einzelnen Stimmen zusammengemischt. Die Qualität des Gesamtergebnisses ist dabei abhängig von jeder einzelnen Aufnahme, deswegen nehmen wir nicht einfach mit einem Handy auf. Hier, was wir benutzen und was du brauchst, um mitzumachen. Gehen wir davon aus, dass du ein normales Instrument spielst oder singt, ein Saiten-, Blas- oder Tasteninstrument. Diese Instrumente erzeugen Tonschwingungen, die wir aufzeichnen wollen. Einige Instrumente haben einen Tonabnehmer integriert, sonst gibt es Tonabnehmer speziell für das Instrument oder du verwendest ein Mikrofon. Jetzt haben wir das Signal entweder per Tonabnehmer oder Mikrofon in elektrische Form gewandelt. Jetzt muss es noch in den Computer hinein. Dafür brauchst du ein Audio-Interface. Das Interface wandelt die elektrischen Schwingungen in Daten für den Computer. Natürlich brauchst du auch noch die Kabel vom Tonabnehmer zum Audio-Interface und vom Audio-Interface zum Computer. Damit du das jetzt aufnehmen kannst, brauchst du eine Software, die Töne aufnehmen und auch wieder abspielen kann. Genannt wird diese Software DAW. Das steht für Digitale Audio Workstation. Hier gibt es freie Software, wie auch relativ kostenlose Software, für die man sich registrieren muss, wie auch lizenzierte Software. Wir haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt alles, um aufzunehmen. Aber zwei Dinge sind noch wichtig. Wir müssen die einzelnen Stimmen miteinander synchronisieren. Dafür musst du die anderen Stimmen hören können. Allerdings wollen wir möglichst wenig Nebengeräusche aufnehmen. Wenn du einen Tonabnehmer direkt am Instrument hast, gibt es weniger Probleme. Wenn du ein Mikrofon hast, werden auch Nebengeräusche, also Umgebungsgeräusche aufgenommen. Unter anderem auch die anderen Stimmen, wenn du sie über einen Lautsprecher abspielst. In diesem Sinne ist ein Kopfhörer wichtig und eine möglichst geräuscharme Umgebung. Das ist alles. Im Normalfall brauchst du ein Instrument mit Tonabnehmer oder Mikrofon, ein Audiointerface, einen Computer mit Software und einen Kopfhörer.